Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute stelle ich euch ein kleines Rätsel. Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise und auf eine Führung. Und ihr müsst herausfinden, wo ich bin. Kommt mit! Ich bin hier bei der Zuberkastonalbank, aber in der Bank bin ich nicht. Wisst ihr, wo ich bin? Das ist ja wie zu Hause, aber zu Hause bin ich nicht. Wisst ihr, wo ich bin? Alles steht plötzlich unter Wasser. Fische sagen mir auch schon Hallo, aber in Atlantis bin ich nicht. Wo bin ich? Hier herrscht Recht und Ordnung. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich bin bei der Polizei, aber auf dem Posten bin ich nicht. Wisst ihr, wo ich bin? Wie zu Hause, ab zu Hause bin ich nicht. Wisst ihr, wo ich bin? Hier riecht es fantastisch. Die Kalzbratwurst riecht nicht nur gut. Das schmeckt auch richtig gut. Und, wisst ihr, wo ich bin? Genau, ich bin auch dazu gemessen. Tschüss! Tschüss!